Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, dem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Heute in der Episode 11 des Alpcasts sprechen wir über das Thema von Narzissmus zu Gemeinschaft. Das ist natürlich ein etwas längerer Titel, denn es steckt auch ein bisschen was drin. Ich möchte heute nicht nur irgendetwas analysieren, wie ich das so oft mache oder irgendwas vielleicht aufbereiten für euch, sondern ich möchte ein bisschen einen Weg aufzeigen und ein bisschen einen Prozess gedanklich mit euch gemeinsam teilen, der mich in den letzten Wochen beschäftigt hat. Warum denn unbedingt das Thema Narzissmus? Warum das Thema Stolz? Warum überhaupt und sowieso? So, wir reden deswegen darüber, weil mich so viele Mails und Kommentare nur zu diesem Thema erreicht haben. Also ich habe das Gefühl, das ist etwas, das betrifft euch. Da habe ich quasi euch mitten ins Herz getroffen mit dem Thema Hass am Berg zum Beispiel. Da gab es so viele Kommentare, so viele Mails dazu, wie euch das betrifft und wie euch das berührt hat, diese ganzen Worte und was für Erfahrungen ihr da schon gemacht habt. Ich habe da teilweise ganz, ganz lange Mails bekommen mit Geschichten, die euch beschäftigen und ich finde, das hat mich teilweise wirklich betroffen und wirklich bestürzt, was ihr da teilweise schon als Anfänger zum Beispiel in den Bergen erleben musstet und ich bin da dann teilweise ein paar Tage in Gedanken versunken, weil mich das wirklich beschäftigt hat und jetzt, finde ich, ist es Zeit, dass wir da auch eine Lösung für das Ganze erarbeiten und schauen, wie wir aus der Misere wieder rauskommen. Denn so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wenn ich das jetzt vergleichen möchte mit den anderen Podcast-Reaktionen, da muss ich sagen, hat gerade dieses Thema echt zugeschlagen. Ich kriege ja zu all meinen Podcast-Episoden immer viele Kommentare, viele E-Mails und ich finde das ganz, ganz großartig. Aber vor allem dieses Thema, wie reden wir eigentlich am Berg, wie gehen wir miteinander um, wie behandeln wir uns, das hat euch wirklich fest gefesselt und da habe ich dann dementsprechend auch fast doppelt so viele Mails dazu bekommen, wie zum zweitinteressantesten Podcast für euch. Also das ist definitiv bei euch hängen geblieben und genau deswegen sollten wir da jetzt mal genauer drüber reden. Kurz vorher nochmal unbedingt der Aufruf, schreibt mir gerne immer wieder Mails zu den Themen, die euch interessieren. Schreibt mir gerne Mails zu den Themen, was euch beschäftigt in den Bergen, was euch irgendwie, was euch auffällt in den Bergen, was euch komisch vorkommt, wo ihr euch denkt, muss das so sein oder warum ist das so und so weiter. Alles mögliche gerne an kontakt.alpenacademy.at. Ihr könnt euch gerne auf eine Podcast-Episode beziehen, ihr könnt euch auf gar nichts beziehen. So wie es viele andere machen, könnt ihr mir natürlich auch gerne mal eine Geschichte aus eurem Leben, einen Schwenk aus eurem Leben erzählen und da finde ich das auch immer ganz, ganz spannend. Ich beantworte übrigens auch alle E-Mails. Das können alle, die mir bisher E-Mails geschrieben haben, definitiv bestätigen. Euch hat vor allen Dingen dieses Thema von oben herab beschäftigt. Von oben herab, darunter verstehe ich, dass Leute irgendwie nicht miteinander mehr auf Augenhöhe kommunizieren, sondern es vor allen Dingen nur noch darauf ausgelegt ist, jede Kommunikation gerade am Berg sich immer irgendwie erhabener zu fühlen und wichtiger oder vielleicht einfach besser zu fühlen und dann spricht man mit den anderen so von oben herab. Man gibt quasi keine Tipps mehr, man versucht nicht mehr zu helfen, sondern man möchte sich nur noch profilieren und man möchte nur noch zeigen, dass man besser ist und das ist etwas, das hat euch viel beschäftigt. Ich muss sagen, das beschäftigt auch mich sehr viel. Ich finde, da sind die Berge zu einem sehr unfreundlichen Raum geworden und das hält an mir auch wirklich fest. Also ich möchte mich da ganz zu euch gesellen. Ihr seid da definitiv nicht allein. Mich betrifft das, mich macht das nachdenklich und ich mag das nicht. Doch was ist denn die Ursache für dieses oben herab? Was ist die Ursache dafür, dass wir mit so viel Stolz durch die Alpen, ja, stolzieren und uns die ganze Zeit nur unter Anführungszeichen Opfer suchen, über die wir erhabener sein können und über die wir quasi nicht bestimmen, aber denen wir zeigen können, dass wir erfahrener sind als sie. Woher kommt das denn? Das hat mich selber beschäftigt. Und zum einen glaube ich, dass es eine Möglichkeit ist, sich abzusetzen. Also wir sind ja heute in einer Gesellschaft, wir sind ja im Prinzip alle gleich. Also ich wohne in einer Wohnung oder in einem Haus und mein Nachbar wohnt in einer Wohnung oder in einem Haus und mein Nachbar hat einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin und ich habe eine und der Nachbar weiter drüben hat auch eine. Und wir sind alle relativ gleich mittlerweile. Also die Individualität, die ist ja in den letzten Jahren, naja, ich weiß nicht, ob sie geschrumpft ist, aber sie ist definitiv nicht sehr groß zum aktuellen Zeitpunkt. Und deswegen, naja, da möchte man dann natürlich vielleicht irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal auch in der Gesellschaft sein. Und da viele Leute, also die meisten Leute, das im großen Stil nicht können, außer man ist jetzt wirklich ein A-Promi, muss man das irgendwie in seinen eigenen Möglichkeiten versuchen, um sich abzusetzen, um irgendwie zu zeigen, dass man anders ist. Und zusätzlich zum Anders möchte man natürlich nicht nur anders, sondern viele möchten eben auch einfach besser sein, denn dann hat man jemanden, der zu einem aufschaut und das ist ja grundsätzlich ein sehr gutes Gefühl. Das hat schon ein paar narzisstische Züge, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen krankhaft, aber, ich meine, das muss ein Psychologe beurteilen, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt als unglaublich krank bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall eine narzisstische Ader, die sich da bei allen Menschen irgendwo festsetzt. Und ich würde sagen, dass Narzissmus in jedem Menschen verankert ist bis zu einem Punkt. Es gibt natürlich auch den ungesunden Narzissmus. Nun, es sind aber Bergsteiger natürlich irgendwo ein sehr, ja, ich sag mal, ein sehr klar definiertes Völkchen. Also, wir sind alle Leute, die sich gerne in Situationen bringen, die wir nicht zu 100% kontrollieren können. Wir setzen uns gerne einer Gefahr aus, auch einer kleinen Gefahr natürlich beim Wandern zum Beispiel, oder einer riesigen Gefahr, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, Eisklettern gehen oder Free-Solo-Klettern gehen oder sonst was. Damit ist natürlich der Rahmen der Menschen, die in den Bergen unterwegs sind, schon mal relativ gut abgesteckt. Das heißt, wir sind alle irgendwie so ein bisschen Draufgänger, so innerlich, also mehr oder weniger natürlich. Aber im Prinzip, wir trauen uns alle was und wir sind sportlich und wir sind fit und wir sind so viel besser als alle anderen da unten im Tal, weil wir haben es auf den Berg geschafft und die anderen nicht. Und das ist alles viel cooler, was wir hier machen. Und natürlich muss man dann, muss man dann sich natürlich auch das entsprechende Lob aussprechen und andere loben einen dann dafür und andere bewundern einen. Die sagen dann, na Wahnsinn, was man da alles geleistet hat und geschafft hat. Und auf dem Berg warst du auch schon wieder und wie lange hast du gebraucht? Was, nur zwei Stunden und so weiter? Klar, da sprühen die Endorphine aus und naja, gut, man muss jetzt selber ehrlicherweise auch dazu sagen, wir kriegen halt auch nicht sehr viel Kritik ab. Also wir Bergsteiger, wir haben ja ein relativ gemütliches Leben, oder? Also wer kritisiert uns denn schon dafür, dass wir in die Berge gehen? Oder wer bewertet uns denn als schlechter? Naja, eigentlich ja fast keiner. Und so haben wir natürlich in den Bergen, da waren wir sehr privilegiert, muss man sagen. Wir haben keine Kritiker gehabt, wir haben eigentlich nur Leute gehabt, die uns bewundern. Und jetzt kommen auf einmal, auf einmal kommen diese Einsteiger, diese bösen Einsteiger und die zeigen uns plötzlich, ja, dass sie das auch irgendwie können. Vielleicht können sie das ja nicht so gut wie wir, unter Anführungszeichen. Aber sie können das ja schon und man merkt, die werden auch immer besser irgendwie und man muss gar nicht zehn Jahre in die Berge gehen, um das zu können, was die jetzt so plötzlich in zwei können. Und das ist natürlich, das kränkt den Stolz um Gottes Willen. Und wem gegenüber kann man sich dann noch beweisen? Jetzt hat man zehn Jahre lang gebraucht, um, keine Ahnung, auf, was weiß ich, den Großglockner zu brauchen. Andere machen es plötzlich in zwei. Wie gibt es das denn? Und wie will man sich denen gegenüber dann jetzt noch irgendwie groß aufspielen? Und meine Güte, das ist ja alles furchtbar anstrengend geworden, plötzlich der Bergsport. Und da muss man natürlich sagen, wie reagiert jemand, der sich in seinem Stolz gekränkt fühlt und angegriffen fühlt? Wie reagiert der? In der Regel nicht sehr gesund. In der Regel läuft es darauf hinaus, dass man dann versucht, sich irgendwie noch zu profilieren und irgendwie noch abzusetzen und irgendwie noch seine Geltungssucht zu befriedigen. Und das artet dann oftmals in perverse Handlungen aus, indem man Leuten plötzlich nicht mehr hilft, die in Not sind und Leute beleidigt, die Hilfe brauchen und Leute nicht mehr adäquat und nicht mehr passend behandelt. Und ich finde das natürlich gefährlich und ich finde das bedenklich. Und da sollte man natürlich drüber nachdenken. Und am Ende des Tages hängt das alles irgendwo mit Stolz zusammen. Und wir brauchen den Stolz. Wir brauchen Stolz. Jeder hat eine andere Form von Stolz, die er mit sich herumträgt. Und die meisten sind hoffentlich stolz auf das, was sie in ihrem Leben erreicht haben oder noch erreichen wollen oder auf ihre Arbeit oder wie auch immer. Und viele Leute sind eben auch stolz darauf, dass sie auf dem Großglockner waren, dem Mont Blanc oder dem Mount Everest. Das Problem ist natürlich, wenn dieser Stolz darauf beruht, dass man etwas Außergewöhnliches gemacht hat und dann wird man plötzlich widerlegt, dass es etwas Außergewöhnliches ist, weil es plötzlich ganz, ganz viele machen. Denn dann ist ja plötzlich der Stolz angegriffen, wenn die einzige Basis des Stolz ist, dass man irgendwie was Besonderes ist. Und wenn einem dann so offensichtlich gezeigt wird, dass man nichts Besonderes ist, dann versucht man natürlich jede Kleinigkeit zu finden, um die Leute, die einem diesen Stolz wegnehmen und diesen Stolz angreifen, denen zu schaden und denen irgendwie Steine in den Weg zu werfen. Und wenn jemand mit zwei Jahren Bergerfahrung am Großglockner steht und gerade irgendwo in einer Stelle am Normalweg oder am Stüdelgrad nicht weiterkommt, dann ist das ganz interessant, wenn man dann sieht, wie die alten Hasen, die Bergführer oder ähnliche Leute, die einfach viel, viel Erfahrung haben und schon lange dabei sind, plötzlich nur aufgrund der Tatsache, dass sie sich diesen Berg teilen, anfangen, die Leute, die Probleme haben oder Schwierigkeiten haben, darunter zu machen. Und auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch den Punkt, dass man sagt, ich möchte die Leute ja auch deshalb kritisieren, weil sie keine fahrlässigen Fehler machen sollen, weil sie sich nicht in Gefahr bringen sollen. Aber das ist ja doch nochmal ein großer Unterschied, möchte ich sagen. Es gibt einen Unterschied, ob ich zu jemandem hingehe und sage, hey, das ist falsch, das solltest du so nicht machen, weil das könnte richtig gefährlich werden. Oder ob ich zu dir gehe und sage, du bist ein absolut ungeeigneter Bergsteiger, schau, dass du vom Berg runterkommst, du machst ja alles falsch, du bringst dich und andere Leute in Gefahr, schau, dass du runterkommst und nie wieder in die Berge kommst. Da würde ich sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen den beiden. Und wenn mir ein Bergführer erklärt, dass er diese Kommentare und so nur abgibt, um den Leuten zu zeigen, was sie besser machen sollen, dann muss ich ihn ehrlicherweise auslachen, denn dann lügt er mich einfach an. Oder er weiß es selber nicht, dass er das eigentlich nur tut oder nur in dieser Form tut, weil er einfach gekränkt auch ist. Natürlich machen sich Bergführer auch Gedanken um die Sicherheit anderer Leute, auf jeden Fall, das möchte ich Ihnen auf keinen Fall absprechen. Aber in erster Linie geht es auch darum, dass diese Leute glauben, dass sie ein Recht darauf haben, einen Berg zu besteigen. Also jetzt nicht nur die Bergführer, um Gottes Willen, das habe ich jetzt ein bisschen missverständlich formuliert, aber die alten Hasen im Allgemeinen fordern sehr oft ein Recht auf einen Berg ein und man muss sich qualifizieren, um auf einen Berg raufzukommen. Natürlich nicht alle alten Hasen, aber das sieht man eben leider sehr oft. Und die Auswüchse dessen sind relativ pervers teilweise. Also man sieht auf manchen Bergen auch, gerade auf den Modebergen, dass vielen Leuten gar nicht mehr geholfen wird, die in einer echt schlimmen Situation sind, die für sie schlimm ist. Teilweise gibt es ja auch psychische Blockaden auf einem Grat zum Beispiel und da sind dann die Leute in Verzweiflung und dann kommt da so ein lässiger, geschulter, trainierter alter Hase, geht an denen vorbei, pfeift sein Liedchen, lacht nochmal laut und dann ist er weg. Und ja, die Blockade, die Hilfestellung, die gab es nicht und stattdessen hat er sich gefreut und hat sich in seiner Meinung bestätigt gefühlt, dass die Anfänger in den Bergen nichts verloren haben. Und ich finde, das ist ein bisschen, ja, traurig, würde ich sagen. Denn das ist einfach nur für das Selbstbewusstsein dieser Leute, dieser schlichten Gemüter und hat nichts mit dieser Kameradschaft und der Gemeinschaft am Berg zu tun, die ich mir so dringend wünsche. Und ich weiß, es gibt viele Bergsteiger, die sagen, ja, ich bin nicht der Ansicht, dass ich das notwendig habe, anderen Leuten zu helfen, die sich selbst in eine missliche Lage gebracht haben. Ich verstehe auf der einen Seite den Standpunkt, andererseits kann ich es aus menschlicher Perspektive nicht nachvollziehen, wenn man einen Menschen sieht, der Hilfe braucht und man fürs eigene Ego einfach ein Liedchen trellert und dann dann vorbeigeht, ohne zu helfen. Das verstehe ich einfach nicht. Und selbst die Leute, die helfen, die helfen widerwillig und mit dummen Kommentaren und ich frage mich dann immer, wie sie das nur ansatzweise rechtfertigen können, vor sich selbst. Vor anderen müssen sie es ja gar nicht rechtfertigen, aber vor sich selbst. Und ich frage mich dann immer, ob diese Leute eigentlich keine Situation kennen, das ist dann immer ganz spannend, keine Situation kennen, in der sie Hilfe brauchen könnten. Also ich frage mich, ob sie das cool fänden, wenn die Bergführer, oder wir müssen ja nicht immer die Bergführer, sagen wir einfach die alten Hasen, wobei natürlich hier auch nicht alle betroffen sind, aber das ist eh klar, die alten Hasen, wenn die ihre Steuererklärung machen und dann gehen sie zum Steuerberater und sagen, ja, ich habe das verkackt, also ich kenne mich gerade überhaupt nicht mehr aus, ich habe da einige Fehler gemacht, was soll ich denn jetzt machen? Ich frage mich immer, ob die das cool fänden würden, wenn der Steuerberater dann da sitzt und sagt, mein Gott, du bist ein Arschloch, wie kann man denn sowas machen und das ist viel zu schlecht und du solltest nie wieder irgendeine Steuererklärung schreiben und das macht kein Steuererklärer. Also allein schon aus menschlicher Sicht, ich meine, man könnte jetzt darüber reden, ja gut, der wird dafür bezahlt oder so, aber allein schon aus menschlicher Sicht, das ist doch kompletter Irrsinn. Wo passiert denn sowas? Das passiert immer nur im Sport und ich verstehe Sport in diesem Aspekt überhaupt nicht. Ich habe auch schon Mails bekommen, dass das auch in anderen Sportarten sehr üblich ist, dass da die Einsteiger und Anfänger schief angeschaut werden. Das kann ich auch bestätigen, weil ich habe mit dem Fahrradfahren, also ja, Fahrradfahren nicht begonnen, aber ich habe mit dem sportlichen Fahrradfahren letztes Jahr angefangen und mit dem zügigen sportlichen Rennen, also Fahrradfahren halt eben und da wird man auch überall schief angelächelt und so und weil die halt einfach erkennen, man hat jetzt hier nicht das teuerste Rad und man ist nicht super perfekt ausgestattet und man ist jetzt vielleicht nicht, man fährt jetzt hier nicht 50 kmh Schnitt oder sonst was und da wird man dann belächelt und man wird nicht mal mehr gegrüßt und man darf keine Fragen stellen, weil da kriegt man immer nur dumme Antworten und so. Es ist in jedem Sport das Gleiche. Das heißt, wir stehen hier nicht vor einem Problem beim Bergsteigen, sondern wir stehen vor einem gesellschaftlichen Problem und das ist fast schon zu groß, um das alleine irgendwie auch zu analysieren. Also ich glaube, da stecken so viele Facetten dahinter, da könnte ich Stunden drüber reden und Stunden drüber nachdenken, nein, blödsinn, Jahre drüber nachdenken. Wir müssen das aber im Bergsport irgendwie in den Griff kriegen. Denn im Bergsport ist es nicht nur einfach asozial und dämlich, sondern vor allen Dingen ist es mal gefährlich. Denn im Bergsport können wir natürlich uns in Lebensgefahr bringen, wenn wir in einer schwierigen Situation einfach falsch reagieren oder keine Hilfestellung erhalten oder die falsche Hilfestellung erhalten. Und ich finde, Beleidigung und Beschimpfung und Stress machen und Druck machen ist definitiv keine Hilfe, sondern eigentlich nur Blödsinn, aber gut. Und Einsteiger im Bergsport sind halt leider eine große Zielscheibe. Und ich finde das wirklich traurig, denn gerade die Einsteiger sollten die sein, die man an die Hand nimmt und sagt, hey, wir machen das jetzt zusammen. Und da möchte ich auch so ein bisschen einen Appell an alle Einsteiger, die mir jetzt zuhören, richten. Wenn ihr in einer Notsituation seid oder einfach euch nicht auskennt, einfach eine Frage habt, dann schnappt euch irgendeinen Bergsteiger und fragt den. Ihr habt das Recht, jemandem einfach eine Frage zu stellen und wenn der blöd antwortet, dann ist das vielleicht, oder wenn der euch einfach schlecht behandelt oder mies behandelt oder auslacht oder sonst was, dann sollte euch das nicht davor abschrecken, das nächste Mal wieder zu fragen und wieder zu fragen und wieder zu fragen. Denn wenn ihr der Idiot seid, der fragt, dann seid ihr danach deutlich schlauer. Und der Typ, der ist vollkommen wurscht. Der ist egal, aber ihr habt was dazugelernt. Das heißt, es kann ein großer Vorteil sein, wenn man der Idiot ist. Und wenn man sich sozusagen zumutet, in dieser Situation jetzt quasi der Trottel zu sein, aber dafür wird man dann schlauer. Denn wenn ihr nicht fragt, wenn ihr zu viel Angst davor habt, irgendeine negative Kritik zu kriegen, während ihr eine vielleicht sogar dumme Frage stellt, aber ihr solltet sie trotzdem stellen, dann werdet ihr weiter dumm bleiben. Und ich finde, das ist das Gefährlichste. Denn wenn jemand einen Fehler macht und nicht darüber aufgeklärt wird, dass er einen Fehler gemacht hat, dann macht er diesen Fehler immer und immer und immer wieder. Deswegen ist es als Einsteiger und als Neuling ideal, wenn man sich alle Fragen von der Seele spricht. Ehrlicherweise muss ich sagen, wenn man die Leute direkt anspricht, noch bevor man irgendwie ein großes Problem oder sowas hat, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute auch gar nicht so abgeneigt reagieren, sondern die sind dann eh immer in ihrem Selbstbewusstsein dann sehr gestärkt, weil, oh, die können jetzt jemandem was lernen und, oh, da kann ich mich jetzt beweisen und da kann ich denen jetzt zeigen, was ich alles weiß und so weiter. Und da fühlen sie sich dann meistens eh recht bestärkt und dementsprechend kriegt man dann auch relativ wenig blöde Kommentare ab. Insofern könnt ihr euch das auch schon mal trauen als Einsteiger. Und als Fortgeschrittene muss ich sagen, wir sind natürlich, ich würde mich selbst auch nicht mehr als Einsteiger bezeichnen, sondern eher als Fortgeschrittene, aber wir als Fortgeschrittene haben einerseits die Verantwortung, dass wir uns um Neulinge kümmern und ich verstehe die Leute, die sagen, das ist ja nicht mein Job, aber man muss es auch ein bisschen anders, man muss es ein bisschen an einen anderen Kontext setzen oder aus einer anderen Perspektive sich überlegen und drüber nachdenken. Also quasi jetzt heute mal wieder die Hausaufgabe. Wenn wir auf die Leute, die neu im Bergsport sind, nicht aufpassen, dann passiert denen dann was. Dann wird die Bergrettung angerufen, dann muss die Bergrettung ausrücken und es wird kein Zeichen hinterlassen, dass die Neulinge in den Bergen nichts verloren haben, sondern es wird in erster Linie mal das Zeichen hinterlassen, dass es in den Bergen ganz schön viel zu tun gibt. Und ich frage mich, ob das für uns Bergsteiger erstrebenswert ist, dass wir für andere Bergsteiger diese Message hinterlassen, dass die Berge quasi ein einziges Katastrophengebiet sind, wo ständig irgendwer stirbt und ständig irgendwer Unfälle hat. Die Frage ist, ob wir als fortgeschrittene Leute, wenn wir einen Anfänger sehen, der Probleme hat, nicht davon abhalten können, in eine schwerwiegend problematische Situation zu kommen, indem wir ihn vorwarnen, indem wir ihm Tipps geben, wenn wir sehen, dass er Hilfe braucht oder Probleme hat. Und es wird Leute geben, die werden uns erklären, dass wir Arschlöcher sind, weil wir uns in Sachen einmischen, die uns nichts angehen. Das habe ich schon oft genug gehört. Ich habe Leute gehört, die mir auf einem Berg, auf einem schuttrigen, splittrigen Fels erklären, dass sie keinen Helm brauchen. Wenn ich ihnen sage, vielleicht solltest du deinen Helm aufsetzen, du hast ihn ja mit, er kann ja nicht schaden, dass er mir dann erklärt, dass ich meine Fresse halten soll, weil das geht mich ja überhaupt nichts an. Mich hat das in dem Moment aber, ehrlich gesagt, in meinem Stolz nicht verletzt, denn ich definiere mich nicht darüber, ob ich gute Tipps gebe oder ob mein Publikum, und Anführungszeichen, mich, meine Meinung teilt. Ich definiere mich darüber, ob ich selber tue, was ich für richtig halte. Ich möchte aber trotzdem mit den anderen Menschen meine Gedanken teilen, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass meine Gedanken für sie interessant sein könnten. Und zu 60, 70, 80 Prozent werden diese Gedanken dankbar aufgenommen. Ob sie ehrlich dankbar aufgenommen werden, das weiß ich nicht. Aber das ist im Endeffekt auch egal, denn es hinterlässt irgendwas in ihnen. Und selbst der Typ, der mich Arschloch nennt, weil ich ihm Tipps geben will und er deswegen glaubt, dass ich ja so viel besser sei als er, was ich ja nicht sage, sondern ich sage ihm, hey, ja, ein Helm wäre ja echt gar nicht so doof. Selbst bei dem hinterlässt das die Spur, dass er sich wahrscheinlich beim nächsten Mal, auch wenn er natürlich vor mir zu stolz ist, sich jetzt den Helm aufzusetzen, aber vielleicht in den nächsten Touren den Helm gleich aufsetzt. Und das ist für mich die Befriedigung, die ich gerne habe, dass ich weiß, dass die Leute vernünftigere Dinge in den Bergen tun, egal ob das jetzt Anfänger oder Fortgeschrittene sind. Und am allerliebsten, also das möchte ich gleich mal erwähnen, Einsteiger freuen sich in der Regel über Tipps. Nicht immer, aber in der Regel freuen sie sich. Fortgeschrittene und selbsternannte Profis, die freuen sich nicht über Tipps, sie bleiben aber trotzdem bei ihnen im Oberstübchen drinnen, wenn ich ihnen sage, hey, warum hast du denn da keinen Helm auf? Und das sieht man auch in Routen, in Kletterrouten, zum Beispiel Alpine-Kletterrouten oder auch auf Klettersteigen, die absolut schwierig sind, wo vielleicht Anfänger gar nichts, gar keine Anfänger unterwegs sind oder Einsteiger. Das heißt, da gibt es nur noch fortgeschrittene Leute und da haben dann Leute keinen Helm auf und ich sage, wieso hast du denn keinen Helm auf? Die wehren sich. Die wehren sich deshalb, weil eben je erfahrener du bist, desto mehr definierst du dich über deine eigenen Leistungen. Der Einsteiger definiert sich nicht über die eigene Leistung, dass er auf den Herzogsstand raufgegangen ist, weil der Herzogsstand ist jetzt grundsätzlich noch im Vergleich zu anderen Unternehmungen noch keine riesige alpinistische Leistung. Deswegen definiert er sich nicht drüber. Je weiter er aber fortschreitet, desto eher kommt er in die Verlegenheit, sich darüber zu definieren und ich beobachte mich selbst sehr genau dabei, dass ich mich eben nicht über solche Leistungen definiere. Es ist mir vollkommen egal, gegenüber euch als Zuschauerschaft zum Beispiel, ob ich jetzt auf dem Moblan war oder auf dem Everest war oder auf dem Elbrus war oder auf dem Aconcagua oder auf dem Denali. Das ist für mich, was ich euch lernen kann oder was ich euch mitgeben möchte, vollkommen irrelevant und das werde ich niemandem unter die Nase reiben, was ich gemacht habe oder was ich nicht mache, denn ich möchte mich nicht darüber definieren und sobald ich das machen würde, würde ich mich auch darüber definieren und das will ich nicht, weil sonst müsste ich mich ja ständig in meinem Stolz und in meiner Ehre gekränkt fühlen, wenn mich jemand auf einen Fehler aufmerksam macht. Und mein Gott, ich mache Fehler in den Alpen noch und nöcher. Wir alle machen das und ich möchte den persönlich kennenlernen, der mir erklärt, dass er in den Alpen noch nie einen Fehler gemacht hat und noch nie das Wetter falsch eingeschätzt hat und noch nie die Tageszeit falsch eingeschätzt hat und die Routenlänge falsch eingeschätzt hat und vielleicht einfach mal irgendwo falsch hingestiegen ist und einen Stein ausgelöst hat oder sowas, was er nicht wollte. Man möge mir, nein, der soll sich bei mir melden, ich werde dem einen Orden schenken, weil das ist absolut lächerlich. Wir alle machen so viele Fehler in den Bergen und viele von diesen Fehlern kriegen wir gar nicht selber mit. Da müssen uns dann sowieso sehr andere darauf aufmerksam machen. Aber diese Angst davor, andere Leute zu belehren, unter Anführungszeichen, wir belehren sie ja nicht, sondern wir teilen ihnen unsere Gedanken mit und das ist ein großer Unterschied. Die Angst davor, anderen Leuten zu sagen, was man selber denkt, das kann für das Gegenüber gefährlich werden und ich fühle mich nicht beleidigt, wenn mich jemand am Berg Arschloch nennt, nur weil ich ihm einen Tipp gegeben habe, sondern ich bin froh, dass ich ganz sicher bin, dass er sich das jetzt im Oberstübchen abgespeichert hat, ob er es zugeben will oder nicht und dementsprechend dann in Zukunft vielleicht mit Helm ausrücken wird oder mit einer Rastschlinge oder keine Ahnung, was auch immer, ist doch wurscht. Insofern, ich sehe den positiven Gedanken dahinter und ich verstehe das sehr gut, wenn sich Leute dazu entschließen, sich nicht als Arschloch beschimpfen zu lassen, weil wie kommen sie denn dazu? Aber ich glaube, diese Gemeinschaft, die wir am Berg so ganz, ganz dringend brauchen, ganz ehrlich, wir könnten alle gemeinsam so viel mehr erreichen, wenn wir gemeinsam die Dinge anpacken würden und nicht immer nur auf unser eigenes Ego, auf unser kleines, kümmerliches Ego schauen würden, sondern einfach sagen, wir machen gemeinsam eine coole Bergtour. Warum? Weil wir eine coole Bergtour machen wollen. Nicht, weil wir als Erste auf dem Gipfel stehen wollen, nicht, weil wir als Schnellste auf dem Gipfel stehen wollen, sondern weil wir gemeinsam einfach so viel leichter diese Dinge erreichen können. Und deswegen möchte ich eben appellieren, Gemeinschaft wäre so viel gesünder am Berg als dieses narzisstische, egomanische Arschlochgetue. Und wie gesagt, ein erster Schritt wäre meiner Meinung nach, dass wir alle offen miteinander sprechen, ohne, ohne zu urteilen, sondern einfach nur zu sagen, hey, das würde ich anders machen. Ich, wenn du möchtest, erkläre ich dir auch warum, aber das schaut echt gefährlich aus. Und selten habe ich bis jetzt dafür gehört, dass ich ein Arschloch bin. Und manchmal höre ich es, aber gut, das tut mir dann einfach auch nicht weh. das ist einfach was, ja, tja, schade halt. Die Frage ist also, hat Stolz, hat der Stolz und das Ego der Menschen die Berge gefährlicher gemacht? Ich würde sagen, ja. Denn wenn ich mir die Dokumentationen und die Literatur zu den Erstbesteigungen zum Beispiel in den Dolomiten anschaue, dann, also über die gefährlichen Felswände im 19. Jahrhundert, dann steckt da sehr viel Gemeinschaft drinnen. Und wenn ich mir zum Beispiel einen Hermann Buhl anschaue, dann steckt da sehr, sehr viel Gemeinschaft drinnen während dem Ersten Weltkrieg oder um den Ersten Weltkrieg herum. Der hat immer einen Bergpartner gehabt, auf den er sich zu 100% verlassen hat können. Der hat auch andere Bergpartner gehabt, die er vielleicht nicht so gut kannte. Der hat Leute am Berg getroffen, die er gar nicht kannte, die ihm dann geholfen haben und ihn für seine Leistungen bewundert haben, aber ihn nicht für vielleicht eine dumme Aktion verachtet haben. Und das finde ich ist ganz viel wert und ich glaube, das hat sich geändert. Denn Hermann Buhl hat in seiner Jugend wirklich verrückte, dumme Dinge gemacht, aber die Leute um ihn herum haben ihn dafür nicht kritisiert, sondern sie haben gesagt, naja, er hat so gehandelt, weil er wusste es halt nicht besser oder er war in einer Notlage, er konnte nicht anders reagieren und deswegen hat er es eben so gelöst. Naja, kann man nichts machen, jetzt weiß er es. Und diese Gedankengänge, die kann man zum Beispiel bei Hermann Buhl in seinem Tagebuch auch sehr, sehr gut nachlesen. Finde ich wirklich empfehlenswert, das zu lesen, wenn man ein bisschen was über Demut in den Bergen lernen möchte. Also ja, ich glaube, dass der Stolz in den Bergen unsere Berge gefährlicher macht, denn wir achten etwas weniger auf die anderen und immer mehr auf uns selber und wir möchten nicht unsicher wirken in den Bergen und das ist eigentlich mein größtes Hobby in den Bergen, einfach mal sagen, ich kenne mich nicht aus und andere Fragen, denn dann reagieren die Menschen immer ganz spannend darauf und dann sieht man, dann lernt man den Menschen auch so ein bisschen kennen. und wenn ich zum Beispiel manchmal meine Trainingsberge ablaufe oder abgehe, dann frage ich hin und wieder Leute, ob es da eh dahin geht oder so und wenn die dann sagen, mein Gott, wieso weißt du das denn nicht und du solltest dich besser informieren oder so, dann frage ich sie immer, ob sie glauben, dass das ein guter Weg ist, Leuten zu helfen, was die Leute daraus lernen, denn ich kenne mich ganz, 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 ganz gut aus auf meinen Hausbergen und in meiner Gegend generell. Besonders toll und das danke ich den Leuten dann auch immer sehr, ist das, wenn die Leute sagen, ah ja, du kennst dich nicht aus, ja ist kein Problem, wenn du da lang gehst, da kommst du da hin und wenn du dann da lang gehst, da würde ich besser nicht hingehen, weil da ist Steinschlag und so, geh lieber da, da kommst du dann leichter und schneller hin, ist ein bisschen sicherer und pass unbedingt beim Abstieg auf, hast du eh das dabei oder hast du noch genug zu trinken und so weiter, das ist nicht, wir behandeln die Leute, wir besachwalten die Leute in den Bergen nicht, wir bieten ihnen doch einfach nur Tipps an und wenn ich so einen am Berg treffe, dann danke ich ihm für seine Menschlichkeit und für seinen Charakter und für die Tatsache, dass er sich so bemüht, die Sicherheit in den Bergen zu erhöhen und er ist deswegen nicht überfürsorglich und er besachwaltet die Leute nicht und er übernimmt keine Verantwortung oder sonst was, sondern er ist einfach ein freundlicher, hilfreicher Mensch. Ich weiß, für manche ist das ganz schwer zu akzeptieren, dass das hilfreich wäre für unsere Gemeinschaft am Berg, dass wir alle zusammenhalten und uns gegenseitig helfen und Hilfe anbieten, wenn jemand Hilfe braucht und auch wenn jemand nicht Hilfe sucht, ihn zu fragen, nicht unbedingt alles aufzudrücken, denn das ist aufdringlich, aber zu fragen, okay, kann es sein, dass du Hilfe brauchst? Das schaut irgendwie so aus, aber wenn nicht, ist das nicht auch okay und dann sagen die meisten Leute, die meisten Leute werden sagen, ja irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, wie ist das denn da oder so, also da kommt dann meistens eh noch irgendwas, versuchen wir es doch einfach mal damit, was soll schief gehen? Wir könnten ja auch einfach über unseren Stolz und über unsere Ehre drüber schauen und wenn uns dann jemand Arschloch nennt, dann denke ich mir dann halt einfach, naja, schade, hätte ja echt ein nettes Gespräch werden können, war wohl nix, naja, wir sollten als Fortgeschrittene vielleicht nicht unbedingt immer auf die Anfänger und Einsteiger hinhacken, die Einsteiger und Anfänger sollten sich nicht immer davor scheuen, auch mal eine Frage zu stellen, auch mitten am Berg, auch in einer schwierigen Situation, gerade in einer schwierigen Situation, um daraus zu lernen, denn ihr lernt viel, viel schneller daraus, wenn ihr auch die dummen Fragen stellt, denn es sind eure Fragen, es sind eure Anliegen, es ist das, was euch beschäftigt und ich kriege auch viele Fragen zum Thema Bergsport per Mail gestellt und da habe ich manchmal dann das Gefühl oder ich kriege es auch wirklich geschrieben, dass man sich das nicht fragen traut und das ist ja eine dumme Frage und so und da wird man dann am Berg irgendwie blöd angemault und so. Also das hat mir zu denken gegeben, das war auch der Anlass für diesen Podcast jetzt. Es war vielleicht ein bisschen wirre, muss ich zugeben, aber es ist auch ein schwieriges Thema, finde ich. Also wie wir uns gegenseitig in den Bergen behandeln sollten, da gibt es keinen Leitfaden dafür, da sollte es auch keinen Leitfaden dafür geben, aber wir sollten zumindest einen gemeinschaftlicheren Umgang miteinander pflegen. Wir müssen uns nicht alle lieb haben in den Bergen, ich finde viele Leute in den Bergen auch unsympathisch, die mich an den Engstellen überholen müssen und so weiter und ich kann auch sehr ungut in den Bergen werden, wenn Leute mich in Gefahr bringen aufgrund ihrer eigenen Blödheit oder aufgrund ihrer Rücksichtslosigkeit und da weise ich die Leute dann auch sehr gerne mal in die Schranken, wenn sie mich anfangen zu gefährden, aber grundsätzlich sollten wir gemeinschaftlich vorgehen, denn wenn wir alle eine große Gemeinschaft wären, dann gäbe es niemanden, der sich rücksichtslos an Engstellen vordrängelt, es gäbe niemanden, der einen Tipp nicht annimmt, es gibt niemanden, der einen Fehler nicht einfach eingestehen kann und es gibt niemanden, der seinen Stolz und seine Ehre und sein Mini-Ego über die Sicherheit und über die Gemeinschaft stellt und das wäre so mein Utopia in den Bergen, sage ich ganz ehrlich. Es wäre utopisch, wenn wir alle einfach gemeinsam in den Bergen sind und uns alle irgendwie nett grüßen und uns alle auf Augenhöhe begegnen, egal ob man jetzt ein Einsteiger ist oder ein Fortgeschrittener, egal ob man jetzt gerade einen Helm dabei hat oder nicht, egal ob man das Klettersteig-Set für den alpinen A-Klettersteig vergessen hat oder nicht, ganz egal. Wir sollten uns einfach gegenseitig unterstützen. Wie seht ihr das? Ich hoffe, ihr schreibt mir wieder ganz fleißig Mails und ihr schreibt mir wieder ganz fleißig Kommentare. Das liebe ich am meisten, denn da lerne ich meine Community und meine Zuhörer so ein bisschen kennen und vor allen Dingen gibt mir das auch wieder so ein bisschen Hoffnung, denn gerade in letzter Zeit war ich irgendwie so oft auf Bergen unterwegs und auf Bergtouren, wo die Leute einfach unangenehm waren im Umgang und wo ich einfach keinen guten Anschluss zu ihnen finden konnte. Ich wollte jetzt hier mit niemandem Freundschaft schließen, aber einfach, wo eine kleine Frage oder so sehr häufig, also wenn ich irgendwas gefragt habe, sehr häufig gleich sehr ungut und sehr patzig abgetan wurde und auch wenn ich mal frage, ob sie wissen, wie spät es ist, also da kommen die seltsamsten Antworten und deswegen, vielleicht könnt ihr mir Hoffnung geben, indem ihr sagt, ja, ich möchte das auch, ich möchte auch mehr Zusammenhalt im Gebirge und ich möchte auch, dass wir wieder mehr miteinander reden und wieder mehr miteinander machen und uns nicht die ganze Zeit in den sozialen Medien nur mit den Beweisfotos gegenseitig was vormachen und gegenseitig präsentieren, wie geil wir nicht alle sind. Ich finde das persönlich auch immer ein bisschen langweilig, also in diesen ganzen Facebook-Gruppen und so in den Alpinen, da muss man sich dann immer anschauen, was die Leute alles für unglaubliche Sachen machen und ich frage mich dann immer, naja, habt ihr es so notwendig? Ist das so, ist es so, dass man es so notwendig haben kann, dass man irgendwie irgendwelche Skitouren, die gefährlich sind oder so, dann überall posten muss, damit man überall Likes und Kommentare abstaubt und damit man sich wieder erhabener fühlen kann? Das ist doch irgendwie alles anstrengend, oder? Also lassen wir das doch, machen wir doch wieder mehr gemeinsam und ziehen uns gemeinsam hoch. Das möchte ich doch. Das ist alles, was die Alpen Academy als Ganzes will. Alle hochziehen. Wir wollen alle besser werden. Ich will nicht, dass ihr weiter unten bleibt, nur damit ich mich besser fühle, sondern ich will, dass ihr mindestens genauso gut seid wie ich oder genauso schlecht seid wie ich, wie auch immer und vielleicht im Idealfall sogar noch viel besser als ich, damit ihr auch so tolle Sachen erleben könnt, wie ich sie einfach ganz, ganz oft in meinem Leben schon erleben durfte und das sollte das Ziel sein und ich hoffe, ihr begleitet uns auf dem Weg dorthin. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns eine Mail dazu schreibt, wie schon gesagt, oder auch gerne in die YouTube-Kommentare, das freut mich auch immer sehr oder einfach auf YouTube uns abonnieren. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Bleibt lieb zueinander. Warne 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 Wunderschöne